Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Daniel Fischer hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Apfel-Gag. Ja, da kommt er wieder früh. Tja, habe ich auch gesagt, aber ich glaube, ich habe einen. Okay, hau raus. Wann gehen Würmer in Äpfel? Sag mal, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn Sie aus der Kirche ausgetreten sind. Verstehst du? Ja, ja, ja. Statt Kirche. Richtig. Ja, das ist gut. Ist gut. Aber ich habe auch noch einen. Achtung. Es heißt ja immer, an apple a day keeps the doctor away. Gut, es kommt halt drauf an, wie hart man den Apfel auf ihn wirft. Ja, verstehe. Damit er fern bleibt. Ja, finde ich gut. Gut. Ja, okay. Aber ich glaube, jetzt habe ich es. Pass mal auf. Der Daniel sollte auch öfters mal einen Apfel essen. Frag mal, wieso? Wieso? Dann hat der Apfel wenigstens die nötige Reife, ist genießbar und hat Stil. Ja, der ist es. Den nehmen wir mal. Dann schickt man ihn hoch und machen Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.